Hallo Leute, hier ist wieder Fusunas Berlin. Heute mache ich wieder ein Gerät von Attila Hildmann. Ich mache das Ganze eben für das Austria, weil es schnell gehen muss. Ich habe nicht mehr viel Zeit in das Austria, weil da die Kochdauer schneller ist. Ich wandle das ab, ein bisschen in Bezug auf die Zubereitung und auch das Gemüse. Da nehme ich statt Erbsen, tiefkühle Erbsen, nehme ich Auberginen und Spinat, weil ich keinen Tiefkühler habe und Erbsen kann ich jetzt nicht so auf Vorrat halten. Und ich kann ja nicht immer kochen. Also wenn ich es gekauft habe, sofort kochen. Das ist nicht möglich. Und ja, stattdessen auch seinen Kürbisstampf mache ich nicht Hokkaido Kürbis, sondern ich nehme da entweder Kartoffelpüree, wo ich von Rossmann ein ganz tolles Produkt bekommen habe, oder ich mache da Fertigreis, einfach damit es schnell gehen muss. Ich habe einfach nicht so viel Zeit. Ja, und jetzt stelle ich euch aber das Gericht vor. Das ist nämlich diese Wenigkeit. Das ist echt lecker. Sieht man schon. Ich werde mich auf jeden Fall Zutaten-mäßig schon danach halten. Er hat Räuchertofu genommen. Räuchertofu, Chili nimmt er da. Und er hat Cashewmus genommen, Petersilie und so weiter. Also das wird so im Großen und Ganzen gleich bleiben. Nur die Zubereitung ist von meiner Seite etwas anders. Und ich stelle euch noch hier dieses Kartoffelpüree vor. So eine Fertigpackung. Ich versuche nicht so viel Fertigsachen zu essen. Aber die Zutatenliste ist echt bombastisch. Und es ist alles Piu. Und ja, und da sind echt Kartoffelflocken nur drin. Und Meersalz, Muskatnuss, Knoblauchpulver und Antioxidationsmittel, Rosmarinextrakt. Echt gut. Also ich werde das auf jeden Fall ausprobieren. Aber heute mache ich da einfach Fertigreis rein. Kleingeschnippelt. Und ich habe hier auch Räuchertofu. Der schmeckt so unfassbar lecker. Der ist von Taifun. Ich finde die Marke Taifun ist die beste. Kann man wirklich den Räuchertufu einfach mal so essen. Ohne dass er irgendwie angebraten wird. Der ist so würzig und lecker. Total gut. Also für Salat und so kann man ihn auch roh verwenden. Man muss es nicht anbraten. Jedenfalls jetzt kommt das alles in den Topf. Ich habe jetzt hier Blattspinat gehabt. Der ist ganz unten. Das werde ich noch alles umrühren, damit es weiter nach oben kommt. Dann habe ich hier Auberginen. Kleingeschnippelt. Zwei Auberginen. Eine Tüte Blattspinat. Also ungefähr 200 Gramm glaube ich. Ein Bund Petersilie. Hier Krause nehme ich immer. Da habe ich so einen Bund Frühlingszwiebeln. Habe ich kleingeschnippelt. Hier. Eigentlich kommen da zwei rote Zwiebeln rein. Aber große rote sogar. Aber ich hatte einfach noch einen Bund frische Zwiebeln. Also junge Zwiebeln. Und deshalb habe ich die jetzt genommen. Damit die einfach nicht verfaulen. Dann habe ich jetzt hier noch den Tofu drin. Ja und jetzt kommt noch die Soße. Da muss man 40 Gramm Cashewmus nehmen. Mit 200 Milliliter mixen. Und das kommt dann hier rein. Und damit wird kocht. Da ist das Ergebnis. Ich habe so etwa zwei Esslöffel Cashewmus genommen. Und habe halt 200 Milliliter Wasser. Und so schön cremig wird es. Das packe ich jetzt in die Mischung. Dann kommt noch Chili rein. Ich nehme dafür wieder diesen türkischen Chili. Chilipulver. So eine kleine Spitze. Teelöffelspitze. Und Pfeffer und Salz kommt dann noch dazu. Als Gewürze. Alles ist drin. Cashew, Mousse, Sahne ist drin. Und Gewürze wie Salz, Pfeffer und Chili. Hier, da habe ich wieder diesen türkischen Chili genommen. Chilipulver. Alles drin. Und einmal verrührt. So dass auch der Spinat wieder oben ist. Ja und jetzt kommt er in den First Austria. Das ist alles drin. Und jetzt stelle ich mal wieder die Uhr ein. Ich nehme wieder dieses Nudel. Ja, drei Minuten. Ich denke mir, das wird reichen. Auch von der Zeit her hoffe ich mal, dass ich das fertig kriege, bevor ich losgehe. Jo, ich zeige euch gleich das Ergebnis, wenn es schnell genug fertig ist. So, das gute Stück ist fertig. Sieht voll lecker aus. Und hat auch gut geschmeckt. Ich habe ein bisschen davon gekostet. Was nicht so günstig ist mit dem First Austria, es war zu wenig Flüssigkeit, was in dem Cashew Mousse war. Es ist ein bisschen angebrannt auf dem Boden. Auch die Auberginen sind nicht ganz durch. Also von der Flüssigkeit muss mehr rein. Das hat nicht ausgereicht. Jo, das werde ich jetzt schön einpacken und dann nehme ich das mit und esse es halt mit diesem Reis, Fertigreis. Und dann packe ich mir noch Esskastanien dazu. Jo, ich glaube, das schmeckt bestimmt gut miteinander. Okay, das war es wieder von heute. Macht es gut. Tschüss. Tschüss.